Schmitz-Mama. Andere haben Probleme. Ich hab Familie. Kleines Vorwort. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Schritt ist getan. Sie haben dieses Hörbuch gekauft, geklaut, geliehen, gewonnen, gefunden, ersteigert, sich schenken lassen oder stehen gerade noch im Laden beim Probehören und werden es auf jeden Fall gleich kaufen. Nun wird alles gut. Als erstes trösten Sie sich. Wir alle sind hin und wieder ein wenig überfordert von dem teils obskuren Verhalten unserer lieben Frau Mama, unseres Papas oder auch von dem ganz besonderen Exemplare unserer eigenen Familie. Dieses Hörbuch soll Ihnen vermitteln, dass Sie nicht alleine sind. Glauben Sie mir, wir sind eine unendlich große Gruppe Familienbetroffener, die gemeinsam auf der Couch des Lebens liegen und deren Therapie wahrscheinlich niemals enden wird. Sie sind nicht die oder der Einzige, die oder der im endlos weiten, teils etwas luftleeren Verwandtschaftsuniversum mit seinen sich manchmal um sich selbst drehenden Planeten, diversen Supernovas, Asteroiden auf Kollisionskurs, dunkler Antimaterie, aber natürlich auch diversen schwarzen Löchern unterwegs ist und den Weg zur ausgeglichenen, chilligen, coolen Erde sucht. Also, wie wär's? Reisen wir doch gemeinsam. Denken Sie immer daran, Familie ist doch etwas herrlich Spannendes. Allen anderen Menschen kann man mehr oder weniger aus dem Weg gehen. In eine Familie wird man unwiderruflich hineingeboren und muss sie so nehmen, wie sie eben ist. Und ist es nicht toll, dass wir das noch nicht kontrollieren können? Wäre die Welt nicht furchtbar langweilig, wenn wir tatsächlich irgendwann in ferner Zukunft alle Verwatten aus der Retorte züchten könnten, so wie wir sie haben wollen? Worüber sollen wir uns denn dann aufregen? Worüber sollen wir uns wundern? Ganze Generationen von alten Tanten beim Friseur würden an Frustration und Langeweile zugrunde gehen. Der komplette Berufszweig der Psychiater wäre von heute auf morgen arbeitslos. Die Fantastilliarden-Nachmittagsfamiliendokus müssten sofort eingestellt werden. Okay, das wär der einzige Vorteil. Ich jedenfalls finde es toll, dass die Natur die Welt vollgestopft hat mit liebenswert durchgeknallten Onkels, mit bis zum Hals mit erdrückender Liebe und Atombusen ausgestatteten Tanten und Omas, die sogar die Staubtücher bügeln. Die Welt ist bunt. Dieses Hörbuch soll Ihnen klarmachen, dass man das Ganze aus dem Blickwinkel des Humors betrachten sollte. Glauben Sie mir, das meiste ist lange nicht so schlimm, wie es zuerst erscheint. Es ist noch viel schlimmer. Sehen Sie? Im besten Fall hat der erste Versuch schon geklappt. Sie haben geschmunzelt. Und genau darauf kommt es an. Nehmen Sie die vielleicht streitsüchtige Tante, den grießgrämigen Opa oder die nervende Cousine nicht so ernst. Es ist Ihre Familie. Freuen Sie sich darüber, denn Sie werden keine andere bekommen. Und das ist auch gut so. Manche haben noch nicht mal eine Familie. Ja, die haben's gut. Die hätten gerne eine. Akzeptieren Sie sie so, wie sie ist. Es lohnt sich. Denn mit der richtigen Einstellung kann Verwandtschaft unglaublich großen Spaß machen. Falls Sie noch ein wenig zweifeln und es Ihnen hilft, die ach so zufriedenen anderen tun auch nur so. Die haben die gleiche Familie. Da sehen nur alle anders aus. Und falls Sie jetzt einer von denen sind, die die ganze Zeit denken, was soll das? Bei mir ist doch alles in bester Ordnung. Ich habe die tollste, liebevollste, verständnisvollste Verwandtschaft der Welt. Alle sind immer total freundlich und wir haben nie, aber auch niemals Streit. Dann ist das entweder gelogen, Sie sind der Meister im Verdrängen oder Sie kommen vom Mars. Auf jeden Fall sollten Sie sich dieses Hörbuch dann aber nicht anhören. Sie würden es nicht verstehen. Schenken Sie es besser Ihrem Nachbarn, dem armen Würstchen mit einer richtigen Familie. Der kann's brauchen. Eine Sache noch zum Schluss, die unbedingt gesagt werden muss. Ich liebe meine Mutter. Na, ich erwähne das nur, weil Sie im Verlauf der folgenden Geschichten und Erlebnisberichte der dritten Art hin und wieder daran zweifeln könnten. Und auch, damit ich es dann nicht ständig wiederholen muss. Mama ist eben eine Mama, wie jede andere auch. Sie kann nicht aus ihrer Haut und so muss es wohl auch sein. Und wenn es anders wäre, worüber hätte ich hier dann reden sollen? Verstehen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dieses Hörbuch bitte als Liebeserklärung an eine Spezies, die Gott sei Dank niemals aussterben wird. Bei allen beinahe Nervenzusammenbrüchen, kurz vor der Klapse Problem und endlosen »Was soll denn das jetzt wieder?« Diskussionen, auf die ich zahlreich und in allen Einzelheiten eingehen werde, bin ich mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass Mama zwar hin und wieder nervt, sodass sie in den nächsten Stahlträger beißen könnte, aber eben nur Mütter so lieben können wie Mütter. Und dass diese Liebe etwas ganz Besonderes ist. Und falls Sie meiner Mutter mal begegnen sollten, dann habe ich das nie gesagt. So, nun aber los. Der kleine Mama-Tipp Legen Sie sich mit Ihrem nächsten Besuch bei Mama nie fest. Sagen Sie immer, dass Sie zwischen Mai und November nochmal reinschauen. Am Anfang war ein Schmitz. Liebe Hörerin, lieber Hörer, fangen wir ganz am Anfang an. Als ich noch ganz klein war, wurde ich geboren. Von meiner Mutter. Was, um spätere Verwechslungen und deren schreckliche Auswirkungen auf die Psyche eines Kindes zu vermeiden, ungemein praktisch war. Meine Mutter lag drei Tage mit mir in den Wehen. Was wir an Weihnachten immer aufs Neue von ihr erzählt bekommen, als hätten wir es noch nie gehört. Ich vermute, dass meine Mutter auch wirklich glaubt, dass sie uns das noch nie erzählt hat. Nein, keine Sorge, sie leidet nicht an Alzheimer oder Demenz. Das würde natürlich vieles erklären. Sie ist eben einfach nur eine Mutter. Und ich glaube, dass alle Mütter einen Knall haben. Einen liebenswerten, fürsorglichen, warmherzigen, nervenzerfetzenden und bisweilen in den Wahnsinn treibenden Knall. Und meiner hat es erfunden. Ich wollte nicht raus aus dem Bauch. Mama hat sich ganz schön abrackern müssen, bis ich mich dann endlich dazu bequemte, aus der Luxussuite mit Wasserbett und permanentem Zimmerservice auszuchecken. Naja, ehrlich gesagt habe ich manchmal immer noch das Gefühl, an der Rezeption zu stehen und auf die Rechnung zu starren. Nun wird ein Arzt auf die Frage, warum das denn so lange gedauert hat, immer mit einer Floskel antworten à la »Das ist jedes Mal anders.« »Da steckt man nicht drin.« Herzlichen Dank für das kleine Wortspiel. Ich persönlich glaube aber, dass ich damals tatsächlich und ganz bewusst nicht aus dem Bauch raus wollte. »Warum?« »Na, ich kannte doch schon meine ganze Familie.« »Es stimmt nämlich. Man kriegt da drinnen schon eine Menge von draußen mit.« »Wenn es sich auch noch anhört, als würden alle durch einen Schnorchel sprechen und die Gesichter verschwommenen Lichterscheinungen ähneln. Obwohl das eigentlich auch reicht.« Glauben Sie mir, der ein oder andere hat hinterher live und in Farbe nicht wirklich dazugewonnen. Manchmal sogar im Gegenteil. Ich war der Letzte. So viel war mir schon unter Wasser klar. Meine gesamte Familie war bereits da und wartete auf mich. Dieses Prinzip haben wir übrigens bis heute beibehalten. Aber das tut an dieser Stelle noch nicht zur Sache. Der kleine Mama-Tipp Kaufen Sie sich beim Hörgeräteakustiker zwei topmoderne Modelle. Behaupten Sie beim nächsten Besuch bei oder von Mama, dass man das jetzt so trägt und drehen Sie die erforderlichen Frequenzen raus. Die ersten Male Es gibt als Kind unendlich viele erste Male. Das erste Mal ohne Windel, das erste Mal ohne Stützräder fahren, das erste Mal in die Hose machen, weil man vergessen hat, dass man keine Windel mehr trägt. Eine herrliche Zeit. Ein paar von diesen ersten Malen möchte ich an dieser Stelle herausgreifen, weil der ein oder andere Familienmensch mich natürlich auch dabei begleitet hat. Der erste Schultag Oma war dem Herzinfarkt nahe. Mein Stiefvater reparierte noch schnell den Fotoapparat, Mama fand die Schuldüte nicht und Onkel Pitt kam nicht vom Klo runter. So soll es sein. Die ganze Familie vermittelte Souveränität und Zuversicht, damit du deine eigene Nervosität besser ertragen kannst. Warum kann nicht einmal alles glatt laufen in meiner Familie? Bei anderen klappt es doch auch. Warum muss bei uns immer das Chaos ausbrechen? Weil es mehr Spaß macht und man weiß, dass man noch nicht tot ist. Ganz einfach. Ich hatte eine tolle Schultüte mit Max und Moritz drauf. Eigentlich. Ich weiß auch nicht, wie man eine ganze, große, für einen Erstklässler allerheiligste und einzige Schultüte verlieren kann, aber so sah es aus. Meine Mutter hatte Tränen in den Augen. Sie hatte sogar Oma im Verdacht, die Tüte weggeräumt und dann vergessen zu haben, wohin. Oma vergaß viel, aber das verbat sie sich auf das Entschiedenste. Doch dann erinnerte sich meine Mutter plötzlich, dass sie sie im Auto deponiert hatte. Die Tüte, nicht die Oma. Ich sollte sie vorher ja nicht zu Gesicht bekommen und deshalb hatte sie sie schlauerweise im Kofferraum gelassen. Totsicheres Versteck. Stimmte auffallend, hatte prima funktioniert. Wir standen dann natürlich doch alle irgendwann fertig, geschniegelt und gestriegelt in einer Reihe an der Tür, Onkel Pitt durch die Rache des Herrn Montezuma eher etwas verkniffen, Mama zupfte nochmal an allen herum und schon machten wir uns auf den Weg. An der Schule angekommen, ging alles drunter und drüber. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Hunderte von Kindern rannten durcheinander und brüllten, lachten oder weinten und mitten in diesem Orkan, quasi im windstillen Auge des Sturms, stand Winnie, den ich sofort in mein Herz schloss und der von da an auf ewig mein Freund bleiben sollte. Winnie, eigentlich Winfried, die Eltern müssen einen sarkastischen Anfer gehabt haben, als sie den Namen aussuchten, stand mit weit aufgerissenen Augen und seiner Fix- und Foxy-Schultüte im Arm, mitten auf dem Schulhof und bewegte sich keinen Millimeter. Sicher ist sicher. Meine Eltern hatten mich schon seit Monaten mit dem langweiligen Kram vorgequatscht, dass nun ein neuer Abschnitt in meinem Leben beginnen würde, dass das ein weiterer großer Schritt zum Erwachsenwerden sei und dass ich diese herrlichen Jahre genießen solle, weil sie viel zu schnell vorbeigehen würden. Das sahen ich und vor allem Winnie definitiv nicht so. Man sah ihm an, dass er so meine Eltern Also, wenn ich das wenn ich die zum Erwachsenwerden sei wie es Und